Haben wir möglicherweise die Weiterentwicklung des Goldstandards entdeckt? Ja, also um diese Frage vollumfänglich zu klären, da darf ich dir schon mal sagen, bleib bis zum Ende vom Video dabei, weil da klären wir die Frage, warum genau dieses Projekt, das wir dir gerade jetzt vorstellen, eben für die Weltwährungen eine Revolution bzw. wegweisend sein kann. Starten wir aber mal am Anfang, wie kam es jetzt dazu? Also, wir waren vor ein paar Wochen bei der NBX, der Next Block Expo in Berlin zu Gast. Hatten da eine Menge coole Gespräche und unter anderem ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einem großen Krypto-Enthusiasten. Da haben wir uns erstmal eine lange Zeit unterhalten, so über das Thema Blockchain und Anbindung an die reale Ökonomie und was denn da alles wichtig ist und dann hat er auch von seinem Projekt erzählt. Ja, und wenn ich dir jetzt sage, was er sich wiederum mit seinem Team zur Aufgabe gemacht hat, nämlich einfach neues Geld zu erschaffen, dann bist du wahrscheinlich erstmal genauso skeptisch wie wir und lehnst dich einfach zurück und denkst dir, okay, waghalsige Aussage. Dachten wir am Anfang auch, wir waren da auch mehr als skeptisch, weil das sind immer oftmals große Worte, ohne dass eben dahinter was passiert. Doch dann haben wir in den letzten Wochen eben ihn und auch das dazugehörige Team näher kennengelernt und können dir sagen, das was die planen, das kann wirklich richtungsweisend sein. Was das aber jetzt genau ist und wie das ausschaut, das schauen wir uns gleich an. Bevor wir da aber reingehen, noch eine andere Sache. Real Estate Token, das Projekt, das haben wir bereits vorgestellt, was sich ja um den Bereich Tokenisierung von Immobilien in Schwellenländern dreht. Wenn du noch gar nicht weißt, von was ich spreche, hier die Verlinkung und an der Stelle auch noch das Interview von Kai Schiefner mal zu empfehlen, weil da hat sich so der ein oder anderen kritischen Frage uns stellen dürfen. Hier die Verlinkung und jetzt, jetzt schauen wir uns Currynomics an. Red Curry, der Name des Projektes, ja, der hört sich zugegebenerweise eher wie ein asiatisches Mittagsgericht an, ist aber ein Akronym und zwar für Real Estate Backed Digital Currency. Das sagt jetzt schon mal eine Menge aus, also es geht quasi darum, dass die Currency wiederum gebackt ist durch kommerzielle Immobilien, also zum Beispiel Bürogebäude oder auch Shoppingzentren. Ja, heißt wiederum, dass natürlich dadurch die Currency gestützt ist durch das Immobilienportfolio und in dessen Wert wiederum korreliert. Bevor sich jetzt da aber der ein oder andere an der Stelle wieder denkt, ja, schon wieder ein Tokenisierungsprojekt, doch nö. Nein, das können wir gleich vorwegnehmen, das ist es in diesem Fall nicht. Durch eine innovative Struktur, die auch wiederum vereinbar ist mit Bankgesetzen und Regulation wird eine komplett neue Asset-Klasse geschaffen, die wiederum auch nichts mit Tokenisierung oder Security zu tun hat. Das heißt wiederum, wird auch nicht so als solches versteuert. Ja, der ein oder andere unserer Follower, der hat es ja schon mitbekommen, innovative Projekte, die sollten ja auch irgendwie Probleme lösen und genau da setzt jetzt auch Red Curry an. Das erste große Problem, das Red Curry lösen möchte, ja, das haben wir schon in der Einleitung erwähnt, das Thema Geldsystem. Fiat-Geld hat einen riesengroßen Nachteil. Die Ausfallquote liegt, laut der Geschichte und der Vergangenheit, bei 100%. Das liegt eigentlich im Kern der Sache, weil es kann eben inflationär nachgedruckt werden, ohne dass da irgendein Wert hinterlegt ist. Das heißt wiederum, Sparer der letzten Jahre, gehen wir mal davon aus, du hast zum Beispiel dein Geld in Bargeld gehalten, ja, dann hättest du eine Wertminderung von über 40% in den letzten 5 Jahren erlebt. Und das ist halt schon mal heftig, weil beim Sparen sollte es ja eigentlich darum gehen, dass du einen Wertzuwachs hast. Wenn man das Ganze jetzt mal rumdreht und sich zum Beispiel im Immobilienbereich anschaut, dann hättest du da definitiv einen Wertzuwachs erlebt. Ja, und deswegen auch nochmal dieser kleine Hinweis und dieser Ausschweif auf Immobilien, weil das ist ja genau das Spannende bei Red Curry, die wiederum mit Immobilien gedeckt sind. Doch nicht nur das Hauptproblem unseres Geldsystems soll gelöst werden. Red Curry setzt da auch noch einen ganz anderen Punkt an, und zwar bei den Immobilieninvestoren, weil für die wird das Leben definitiv auch einfacher werden. Wenn man sich das jetzt mal aktuell anschaut, du brauchst oftmals einen sehr, sehr starken finanziellen Background, um überhaupt im Immobiliensegment in irgendeiner Form Fuß zu fassen, beziehungsweise Gewinne realisieren zu können. Das nächste Thema, das ist ganz klar die Zeit, weil so ein Objekt zu veräußern, das bedarf ja auch einiger Zeit. Red Curry knüpft hier eben genau an und möchte da vor allem die Kleininvestoren in den Markt holen. Das heißt, dass die auch auf Immobiliengewinne spekulieren können und da auch auf kurzfristig Gewinne realisieren können. Wie das Ganze jetzt dann im Detail ausschauen soll, beziehungsweise in der Praxis, Tipp unsererseits, check mal das White Paper unten in der Description, da sind alle Links dazu, weil da findest du dann auch die detaillierte Anleitung dazu. Last but not least möchte Red Curry das wohl größte Problem derzeit im Kryptospace lösen. Die Volatilität, weil die Masse zu begeistern zum derzeitigen Zeitpunkt, das als Zahlungsmittel zu nutzen, das ist sichtlich schwer, beziehungsweise wahrscheinlich unmöglich. Da aber Red Curry wiederum auf die Gewinne der Immobilien gebunden ist, ja, das macht das Ganze natürlich spannend, weil der Rest des Marktes hängt halt leider mal am Bitcoin, aber so entsteht da natürlich eine wirklich sehr, sehr geringe Volatilität in einer Währung. Jetzt aber noch zu einer anderen Frage, was wir ja ganz am Anfang angesprochen haben. Warum soll denn jetzt Red Curry besser sein als der Goldstandard? Ja, das liegt eigentlich im Kern der Sache, weil durch das Verwahren von Gold, zum Beispiel in Zollfreilagern, entstehen Kosten. Das heißt, eine goldgebäckte Währung, die hat jetzt nicht nur den Kursverlust, wenn der Kurs einbricht oder Wertverlust, sondern die hat natürlich auch noch das andere Problem, dass einfach auch der Wert sinkt durch die laufenden Kosten. Bei Immobilien ist es im Umkehrschluss ja so, zum einen, ich habe den Wert Zuwachs, zum anderen habe ich aber ja auch noch laufende Einnahmen, zum Beispiel durch Vermietung oder Verpachtungen. Zusammenfassend kann man sagen, Red Curry hat sich ein riesengroßes Ziel gesetzt, aber, was wir auch ganz am Anfang schon vom Video gesagt haben, das Team weiß definitiv, was es tut. Ja, und da wird es jetzt spannend, weil du bist in der Tat jetzt gerade einer der Ersten, der von diesem Projekt überhaupt erfährt, denn derzeit gibt es weder Marketing noch einen Token. Also hier nochmal der Aufruf, ich würde den Social Media Kanälen definitiv folgen und unten in der Description haben wir dir auch die Website verlinkt, denn die ersten 300 Leute, die sich dort anmelden, die bekommen auch noch ein limitiertes NFT und sind natürlich dann auch immer auf dem neuesten Stand zu diesem Projekt. Ja, und an der Stelle einfach mal Frage an dich, schreib doch mal in die Kommentare, was hältst du von diesem Projekt, wie groß siehst du das Potenzial? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen hoch, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst, aber stopp, bevor du weiterscheidest. Wahrscheinlich hast du auch Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Karten und alles drumherum früher gesammelt und der Hype war riesig. Dieser Hype, der kommt jetzt auf die Blockchain und zwar in Form von NFTs als Sammelkarten. Kalvaria heißt das Projekt, wenn du noch gar nicht weißt, um was es geht, hier die Verlinkung, checkt das Video auf jeden Fall aus. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin alles Gute, ciao!